wenn man so viel schuss damit hat das ist heftig moxifloxie auch hier sind ja alles so ne ach noch die ali perry ist gut das catch white kann ich auch nicht mehr überrollen da sterb ich glaube ich wir sind in der büste ne gibt es immer so komische töne und da gibt es hunde jaulen immer und einer von uns das bricht glaube ich und für sein dank müssen ja ist so und du fast gegen die wand gewahren ja schmeckt schmeckt auch noch ein tisch gehauen so hoch hoch wie die jürgen antrieg nix ist dvr feuer melonen feuer mal uns aber ungeplant und geil geworden und da lang auch nie wir müssen auf dem ding lang fahren nein nein ist der freundes abgebrochen ja das ist die straße ich kann ja auch gegensatz zu dir fahren ich kann das problem habe ich weiß nicht wo ich lang muss würde ich mal so behaupten nein nein ich will hier nicht raus im auto drin bleiben das ist das ja ja ich glaube das geht nicht doch nein gibt es einen anderen weg das trick sich an muss einen anderen weg wir müssen auch wo wir kommen sind auch wieder hoch kommen ja sicherlich king mong hätt ich aber schon bock drauf king mong in die fresse zu hauern so willkommen in der sache näher schon mal neues landstückchen ich wollte gerade gucken aber wenn man sich mit der maus umdrehen ja dann wenn man das speck hat wir das vision ich dachte jetzt auf dem klo wie soll ich hier überkommen okay runter fliegen auf jeden fall geht schon mal karte da irgendwo man kann irgendwo zwischen gehen angeblich sei es möglich doch heute da oben da wo du jetzt link ist muss irgendwo eine durchgang sein weiter 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 immer beschrieben autolang von können alter bedrock ich will nicht sind scheiße die dinger ja übertreibt wir sind auch noch drei level stecker als wir das ist los ich glaube ich habe den weg gefunden schön ich renne weiter den weg finde ich aber nicht ja du bist so ein superheld centros so ein richtiger superheld wo machst du das denn ja toll es hätte noch ein leben ein leben und die fressen mich stirbt das kommt weil wir einfach jolo gerade durchrasen durch die siegen und sind das tod weg mit dem geschützter hast du ja doch geschafft ein flugratten die nerven ich glaube da sind wir unsere und die ich habe vorher im vissel mehr flugratten mir auf den sack du kratten hallo centros hallo hey bleib stehen mich verarschen halt centros nahe aber wirklich doch kommt schon na bisch richtig mit ein sozialer mensch bin und also ich weiß es noch nicht da lang ja wirklich mal da ist doch richtig lang oder nicht das ding dann hin ja zurück war da oben lang bratwurst und jetzt matschgesicht hier lang oder was ist los mit dir ich habe noch nie mal auf die karte richtig geguckt wir entfernen uns doch von dem ding immer und immer weiter guckte ohne witz ich wollte die ganze zeit in die anrichtung fahren da waren wir fast schon und du los mich hierhin ja mal richtig ist du arsch wo wir hier lang müssen sonst kommen wir dann nicht hin klar das haben wir doch schon gefunden das ding den weg läuft wird die fresse ich werde auch nicht reisen ich warte einfach bist du da bist das ist nicht gut was du gemacht hast du hast denn da haben wir genau schon richtig ich reise einfach mal und bist du wenigstens auch da da ist es bietchen da habe ich gefunden den land eine rauchende granate um da hinzukommen wo die sortos waren lieben ihre bomben lager musste durch die guanogon du musst dich durch jede menge sortos kerle durchkämpfen aber hey sonst wird es ja kein spaß machen oder ich habe jetzt keine feuerwaffe mehr gar keine feuerwaffe mehr wieso keine ahnung ich will eben für einen schaden bekommen ne 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 soo hallo jetzt habe ich natürlich den feuerschein es muss ihm auch in den kopf ziehen oder richtig spaß kriegen zentos hier ja na du hast feuerwaffen noch ein ding müssen wir nur darunter nur darunter ok doch das war falsch ach ne wir müssen hier lang ich sag doch das war nicht falsch wir machen weiter oh der lift du bist gerade auch nur hinterher ne du bist gerade auch nur ja kein bock zu schießen habe ich aber auch nicht wenn ich schon sowas wieder höher geht mir das jetzt schon auf dem zack den muss ich aber gut kehlen selbstmordzwerg selbstmordzwerg tschüss vorzweck vorzweck alter was ist los mit dir ach komm flieg brenn 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 aber also ein fetter ist mit schild das